Jo mein Lieben, zu Schaut mal und damit hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Top YouTuber, ich hab's vor drei Wochen angekündigt und heute stelle ich euch natürlich einen ultra geilen YouTuber vor und zwar Meister Gamer Leute und der Typ macht einfach ultra ultra geilen Stuff allein schon an seinem Banner sieht er, der ist richtig nice gemacht er hat eine ultra gute Übersicht und natürlich seine Thumbnails sehen auch richtig nice so geordnet sein und ey, ich weiß safe aus natürlich, weil der Typ ein guter Kompel von mir ist weiß ich, dass er sehr richtig viel Herz und Liebe in seine Videos steckt und da richtig viel seinen Arsch reinsetzt und Leute, deswegen würde ich einfach mal sagen, verschafft euch einen eigenen Einblick natürlich, Link ist natürlich zu ihm in der Videobeschreibung das ist ja auch ein bisschen das Ziel zu diesem Format dass ihr in die Videobeschreibung schauen könnt euch seinen Kanal anschauen könnt und lasst den Jungen einfach mal ein Abo da, Leute das heißt, und wenn ihr das nächste Mal bei Top YouTuber dabei sein wollt und ihr geilen Stuff produziert dann schreibt einfach Hashtag Top YouTuber in die Kommentare und dann würde ich einfach mal sagen macht euch ein eigenes Bild vom Meister Gamer der Typ macht geilen Stuff deswegen blende ich euch einfach jetzt noch einen kurzen Ausschnitt seines Videos ein Clip ab Meister Gamer Habe die Ehre Mein Kanal Trailer ist jetzt ein Jahr alt und ganz ehrlich die Scheiße muss geändert werden Er hat einen YouTube Kanal Er ist ein YouTube Kanal mit Quali Er hasst Flugzeuge Und er Er Das beste ist einfach dieses Geräusch was mich die ganze Zeit unterbrochen hat Wisst ihr wer das zustande gekommen ist? Ich hab einfach mit nem Scheißradierer gegen meine Bitch und zumal descended The think gives von be ge de die Untertitelung des ZDF, 2020